Errate die Getränke, let's go! Ich habe Cola. Okay. Okay, schon mal einfach. Äh, Apfelschola? Ja. Super. Das habe ich mir fast gedacht, dass du das erratzt, weil das sind meine Lieblingsgetränke. Ihr seht. Bin ich gespannt. Oh. Ist das Fanta? Nein. Was? Fanta mit Nebengeschmack? Nein. Eins hast du noch? Ich habe gar keine Ahnung. Das ist Capricorne Orange Peach. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Irgendwas Milchiges. Ich möchte wie Snickers. Ja. Wirklich? Oh mein Gott. Ich habe gerade nicht gedacht, dass du das erratzt. Wirklich? Oh mein Gott. Du bist sehr gut im Getränkeraten. Dankeschön.